Nun öffnen wir mal einfach OpenOffice. Ich kann jetzt hier auf diese Ikone hier doppelklicken. Das mache ich mal einfach. Dann kommt man auf die generelle Vorschaltseite von OpenOffice, wo du entweder ein Textdokument, ein Tabellendokument, eine Präsentation, Zeichendatenbank, Formel, eine Vorlage oder schon ein bereits geschriebenes öffnen kannst. Hier unten, da kommst du auf Vorlagen von OpenOffice und hier kommst du auf kleine Add-ins. Das sind Funktionen, die man also hinzu installieren kann, um halt entweder andere Vorlagen zu haben oder besondere Schriften und solchen Kram. Uns geht es ja hier um ein Textdokument. Wir möchten also ein Textdokument anlegen. Wir könnten jetzt hier doppelklicken und doch möchte ich zuerst zeigen, wie es auch anders geht. Daher schließe ich mal OpenOffice und unten auf Programme, was jetzt hier gerade nicht zu sehen ist, klicke ich so drauf. Jetzt kennst du das. Und dann kommen hier die zuletzt verwendenden Programme und hier die Programme, die ich also hier oben an meinem Startmenü festgeklebt habe. Und hier in dieses Promptfenster würde ich mir jetzt mal schreiben OpenOffice. Und dann wirst du hier die sieben Programme sehen, die mit OpenOffice zu tun haben. Und ich möchte den OpenOffice Writer öffnen. Du kannst jetzt Folgendes machen, um auch schneller zu arbeiten. Wenn du hier mit dem rechten Mausklick drauf gehst, kannst du diese einzelne Software, also den Writer, hier an das Startmenü anheften oder an die Taskleiste. Die Taskleiste ist dann unten der Sockel deines Bildschirms. Dann ist da die Software angeheftet. Ich hefte sie mal hier an das Startmenü an und zeige mal, was geschieht. Wenn ich jetzt rausklicke und wenn ich jetzt hier unten auf Start klicke, dann sehe ich hier plötzlich hier oben, hier ist dann der Office Writer drin. Also es geht eigentlich ganz einfach, wenn man das einmal da angeheftet hat, da siehst du hier so eine Linie und alles, was über dieser Linie ist, also hier steht bei mir Camtaser Recorder, alles, was über der Linie hier ist, ist immer angeheftet. Das bleibt auch da. Ja, und alles, was da drunter sind, das sind die Programme, die man am meisten nutzt. Ja, das kann sich ändern, aber das hier oben bleibt erst mal, bis du mit der rechten Maustaste drauf gehst und sagst hier vom Startmenü lösen. So, und wenn wir das jetzt hier angeheftet haben, dann ist es ganz einfach, dann kann ich das sofort öffnen, diese Software. Und siehe da, 1, 2, 3, füllt sie also hier den Bereich des Bildschirms, den ich gerade aufnehme. Das dauert gerade ungewöhnlich lange. So, jetzt ist es aufgegangen. So, ich mache das mal ein bisschen größer, das Blatt. Und hier ist also OpenOffice. Lasst uns, bevor wir loslegen, ganz kurz mal die Oberfläche uns anschauen und die Besonderheiten dieser Oberfläche. Ganz oben siehst du hier Datei, Bearbeiten, Ansicht, Einfügen, Format. Das nennen wir die Menüleiste. Wenn du zum Beispiel etwas einfügen willst, geht es auch einfach auf Einfügen gehen und dann kannst du hier zum Beispiel ein Bild einfügen aus einer Datei. Ja, und dann klickt man drauf und wählt ein Bild aus einer Datei. Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine Fußnote einfügen willst, dann klickst du hier drauf und dann sagst du, ja, ich möchte die Zählung automatisch haben. Und dann siehst du hier unten, plötzlich steht 1 und dies ist eine Fußnote. Und zwar diese kleine 1 hier, die ist verknüpft hier, wo wir die Fußnote eingefügt haben. In der Regel steht ja hier zuerst ein Text und dann tut man die Fußnote hier ranschreiben. Es geht also relativ einfach. Du musst ja einfach merken, wenn ich etwas einfügen will, muss ich auf Einfügen gehen. Wenn ich die Ansicht ändern will, dann muss ich hier drauf gehen und dann kann ich hier Sachen ändern und so weiter. Das nächste, was wir haben, ist hier die Symbolleiste. Und wenn du gut schaust, jede Symbolleiste hier, zum Beispiel diese Gruppe hier, hat hier links so ein paar Punkte. Wenn man drauf geht, wandelt sich die Maus in einen Kreuzfaden. Und wenn ich da drauf klicke, kann ich dies hier, wenn ich will, rausziehen. Und hier steht jetzt Zotero, das ist allerdings ein Plugin und das kann ich jetzt hier das ziehen und wieder hier hin tun. Also im Endergebnis ist es so, dass man auch seine Symbolleiste nach Belieben anpassen kann. Wenn ich jetzt hier das Standard rausnehme, ist das sehr ungünstig. Das ist etwas, was man immer braucht. Aber wer es hier nicht haben will, kann es runter tun in den Sockel und dann wohnt jetzt hier Standard hier im Sockel der Software. Finde ich nicht so praktisch, aber man kann es auch nehmen und rechts tun zum Beispiel oder ziehen und links tun. Dir bleibt es also frei, es so anzupassen, wie es dir gerade gefällt. Jetzt will ich das natürlich hier unten tun, das will er nicht. So, da habe ich ihn wieder runtergetan. Diese Symbolleisten sind immer in Gruppen und dir fehlt jetzt eine Symbolleiste, dann kannst du hier hoch auf Ansicht gehen und dann siehst du hier Symbolleisten und hier sind alle Symbolleisten, die wir haben. Du musst sie aber auch nicht alle hier reintun. Also ich nehme mal jetzt zum Beispiel die Symbolleiste Bild. Ja, so jetzt ist die hier reingerutscht. So, das ist die Symbolleiste Bild. Die brauchst du eigentlich nicht, denn du hast ja hier gerade kein Bild. Wenn du aber einmal ein Bild einfügst, ich füge mal jetzt hier irgendein Bild ein, es ist echt egal welches. So, bitte bevor ich es einfüge, schaue hier oben rechts, ob irgendwas drin ist. Du siehst, in der Symbolleiste ist nichts. Und wenn ich das jetzt öffne und hier draufklicke, ist jetzt hier die Symbolleiste. Allerdings ist sie hier gelandet, weil ich sie ja gerade hier oben rausgezogen habe. Ich tue sie mal hier zurück, wo sie war. So, da ist die Symbolleiste für Bilder. Ich kann jetzt statt Standard, kann ich sagen, Mensch, das möchte ich jetzt grau haben. Ja, oder ich möchte hier, ja, das Bild altern, dass es aussieht so wie ein altes Bild, was du da in Omas Schrank findest oder so. Ja, so, jetzt habe ich das aber nicht gemacht. Ich muss die Grauschufe wegnehmen. So, ja, dann habe ich das gealtert. Oder ich kann hier die Transparenz beeinflussen und lauter solchen Kram. Nun, achte darauf, ich habe ja das Bild hier angeklickt. Das sieht man daran, dass hier rund um dem Bild ja so acht Punkte sind, um das Bild vielleicht länger zu ziehen oder enger zu ziehen oder in der gleichen Dimension so kleiner zu ziehen und alles Mögliche. Also, da kann man ja viel machen. Aber wenn ich rausklicke, also ich klicke jetzt hier unter dem Bild und während ich unter dem Bild klicke, bitte ich hier einmal zu schauen auf diese Symbolleiste. Wenn ich unter dem Bild klicke, ist die Symbolleiste weg. Wenn ich auf das Bild klicke, kommt die Symbolleiste zurück. Ja, rausklicken ist die Symbolleiste weg, draufklicken ist sie zurück. Das heißt, das ist ganz praktisch erstellt oder ganz praktisch so programmiert. Du brauchst ja keine Symbolleiste, um Grafiks zu bedienen, wenn du gerade keine Grafik anfasst. Aber nur wenn du eine Grafik anfasst, dann kommt jetzt hier die Symbolleiste hier oben zurück. Ja, daher habe ich jetzt keinen Schreck, wenn deine Symbolleiste ein bisschen anders aussieht. Und falls du mal eine Symbolleiste, was ich ja vorher gemacht habe, das möchte ich zeigen, dass ihr das versteht. Ich hatte ja vorher diese Symbolleiste hier rausgezogen. Jetzt komm her, mache ich mal nochmal hier und hier hingetan. Und wenn ich jetzt aus dem Bild rausklicke, ist die Symbolleiste weg und wenn ich draufklicke, kommt sie da zurück, wo ich sie zuletzt hingetan habe. Ja, daher ist es gut möglich, dass deine Symbolleisten ein bisschen anders aussehen als meine, weil man es ja hin und her gezogen hat. Das sollst du also wissen. Standardmäßig, das ist die Standard-Symbolleiste hier unten. Das sind also die Symbole, die man immer braucht. Ich ziehe sie mal raus hier. Fehler gerade nicht. Da, das ist also das Format. Format ist immer da oben, das wirst du immer brauchen. Ja, so. Okay, noch etwas. Du hast rechts hier einen Bereich, in dem du schnell auf Sachen zugreifen kannst. Ja, zum Beispiel Format, Vorlagen, Galerie und Navigator. Ja, was ist das? Wenn ich mal hier kurz auf den Navigator klicke, da werde ich allerdings nicht viel sehen, weil ich ja hier noch nichts geschrieben habe. Aber hier steht zum Beispiel das Wort Überschriften. Ja, was ist das? Angenommen, ich habe hier eine Überschrift geschrieben. Überschrift. Allerdings muss ich dann die Überschrift auch hier mit Formatieren als Überschrift formatieren. Ja. Und dann gehe ich hier auf eine andere Seite. Hier machen wir zwei, drei Seiten. Und schreibe noch eine Überschrift. Und das mache ich jetzt auch hier als eine Überschrift. Da muss ich hier draufklicken und das als Überschrift 1 machen. Ganz wichtig. So. Und jetzt siehst du neben Überschriften hier rechts ein Pluszeichen. Wenn du das aufklappst, siehst du hier Überschrift. Und wenn du hier draufklickst, Doppelklick, kommst du zu dieser Überschrift. Und wenn du auf noch eine Überschrift Doppelklickst, kommst du hier hin. Daher ein Navigator, wenn du also eine Hausarbeit oder ein Referat schreibst, der über viele Seiten sich erstreckt und da du die Überschriften eingefügt hast, kannst du über den Navigator ganz leicht zu dem jeweiligen Punkt in deiner Arbeit navigieren. Und gleiches gilt jetzt für Tabellen und Grafiken und so weiter. Wenn du also Tabellen eingefügt hast, die einen Namen haben, dann kannst du dahin navigieren. Das ist also der Navigator, der hier unten ist. Und hier ist die Galerie. Die Galerie, also OpenOffice in dieser Version und auch in der vorigen Version, kommt schon mit ganz vielen kleinen Bildern, die du nutzen kannst. Linien sind da ganz praktisch. Wenn du jetzt hier zum Beispiel ein bisschen Text geschrieben hast. Ja, ich schreibe ja so schlecht. Ein bisschen Text. Ich mache das mal größer. XXXX. Und dass ich jetzt nicht so viel schreibe, weil ich ja faul bin, kopiere ich das mal und füge so ein bisschen Text ein. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Text eingefügt. Und wenn du das willst, muss jetzt nicht sein, aber kannst du hier so eine Linie wählen, wo du sagst, Mensch, ich möchte doch hier eine Trennlinie reintun. Und die ziehst du dahin und schmeißt sie hier rein. Dann hast du hier eine Trennlinie. Auch das ist ein Bild, weshalb du hier oben automatisch jetzt hier die Symbolleiste hast. Und wenn du das doppelt klickst, kannst du sagen, ja, die Breite ist zwar 14, aber diese Dicke gefällt mir überhaupt nicht. Ich möchte die Dicke ändern. Dann machst du zum Beispiel die Dicke nicht 0,3 cm, sondern 0,2 cm. Und dann wird das dünner. Du kannst dann so anpassen, dass es dir gefällt. Ja, so viel hierzu. Das ist also die Galerie. Was da drüber kommt, ist sehr spannend. Das hier sind die Formatvorlagen. Wir werden sehr viel mit den Formatvorlagen arbeiten. Nur ganz kurz, um das mal hier anzureißen. Oft, wenn du eine Überschrift schreibst, zum Beispiel wie mein Vorwort oder mein Vorwort. Willst du sehen, dass viele Leute mein Vorwort markieren und dann hier oben sagen, Mensch, ich möchte die Schriftfarbe, jetzt gehen wir auf Schriftfarbe, zum Beispiel braun haben. Und ich möchte das ein bisschen größer haben, die Schrift. Dann machen sie das zum Beispiel 18. Und sie möchten das Fett haben. Und zum Beispiel die Schriftart möchten sie Calibri haben. Gibt es den hier überhaupt? Ja. So, dann haben sie also eine Überschrift gemacht. Das ist vielleicht interessant und sieht schön aus, hat aber den Nachteil, erstens, wenn du jetzt Enter machst, um zu schreiben, hier kommt mein Text, dann ist er genauso dämlich formatiert. Und dann wirst du das markieren und sagen, aber den hier möchte ich doch nicht so haben, der war doch was. Und dann vergisst du, oh Gott, was war denn jetzt die Schrift? Ach so, das war Text, New Row, Times, Times. Ach so, du siehst, es ist auch noch bunt, dann muss ich die Farbe wegnehmen. Also das ist natürlich umständlich. Und sowas macht man dann eben nicht. Ferner, dies mein Vorwort, auch wenn du es geschafft hast, zum Beispiel das zu formatieren oder aussehen zu lassen, als wäre es eine Überschrift, hat den Nachteil, dass wenn du im Navigator bist, der nicht als Überschrift erkannt wird. Es wird nur als Überschrift erkannt, hier, ich nehme mal hier ein bisschen Text, dass wir das sehen, ich nehme mal dieses hier, nö, ich ändere das hier jetzt. Wenn ich das hier wieder rückgängig mache, also diese ganzen Schmierereien, die ich hier habe, die gefallen mir überhaupt nicht, Times, New Roman und ich mache mal das Fett weg und ich mache mal hier diese seltsame Farbe weg hier. So, und wenn ich das jetzt hier nehme und anstelle es selber zu einer Überschrift zu pinseln, kann ich hier bei Formatvorlagen hingehen und sagen, mach daraus, ich kann es von hier nehmen, wenn ich das doppelt klicke, Überschrift 1. Ich kann es aber auch von hier nehmen, mach hier Überschrift 1. Das ist egal, ja. Also, ich klicke mal doppelt, so, das ist jetzt eine Überschrift geworden. Und das Besondere dabei ist, dass wenn ich jetzt aufs Navigieren gehe, dann sehe ich hier, ist das auch genommen worden, mein Vorwort, da ist es, ja. Also, hätte ich das jetzt auf einer anderen Seite, ich kopiere mal ein bisschen Text hier. So, wenn ich hier auf Überschrift klicke, komme ich hier, mein Vorwort komme ich hier und noch eine Überschrift komme ich hier. Das ist also der Vorteil, wenn man hier geordnet und sauber mit Formatvorlagen arbeitet und die findest du hier bei diesem Trichter, was aussieht wie eine Schultüte, so eine Zuckertüte. So, ganz oben kommen wir auf Eigenschaften. Also, diese Eigenschaften sagen dir so in Schnelle, was mit deiner Seite los ist. Also, hier der Text, ja, wenn du ihn anklickst, sagt er, du, dein Text ist ein Times Roman 12. Das siehst du zwar auch hier oben, aber hier der Absatz, dann siehst du ganz schnell, der Absatz, der ist linksbündig, du hast hier jetzt keine besonderen Einzüge. Der Abstand von oben ist 0,0, der Abstand nach unten ist 0,21. Ja, was bedeutet das im Abstand? Das bedeutet, wenn ich jetzt hier irgendwo, zum Beispiel jetzt bin ich hier gerade vor diesem Text hier, wenn ich jetzt ein Enter mache, dann hat dieser hier unten einen Abstand von 0,21. Wenn ich jetzt auch nach oben einen Abstand reintun würde, dann würde er darüber einen Abstand machen, das sieht aber nicht aus. Ja, solche Dinge. Auch die Seite, wenn ich das aufklappe, kriege ich Informationen über die Seite. Und zwar hier habe ich die Seitenausrichtung, die ist im Hochformat. Die Seitenränder sehe ich, aha, ich habe links zwei Zentimeter, rechts zwei Zentimeter oben. Also das sind einfach Informationen, die ganz praktisch sind. Wenn man das hier schließt, hier mit einem X, hast du erstmal hier Ruhe und Aufklappen immer. Hier so drauf gehen und dann wieder aufklappen. Auch hier die Eigenschaften und kann ich immer zuklappen. Das ist also die rechte Seite und das ist Standard hier drinnen. Du kannst das auch ausblenden und aufblenden. Ja, wie habe ich das gemacht? Das ist vielleicht schwierig im Film zu sehen, aber ich klicke mal hier an diesem Bereich, dass man das sieht. Da siehst du auch hier so ein paar graue Punkte und ein Pfeil nach rechts. Und wenn du den anklickst, sind die ausgeblendet. Ja, dann hast du mehr Sicht auf dein Dokument. Ich lasse die gerne aufgeblendet, weil so viel Platz nehmen sie nicht. So, was wir noch haben, ist hier die Statuszeile oder die Status, ja, der Statusbar hier unten. Also der Sockel deiner Software. Das hast du fast in jeder Software und da sind interessante Informationen. Und man kann hier die Informationen ein bisschen erweitern, wenn ich jetzt hier verwenden, wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke auf dieses eine Fenster, da heißt es, ich sehe nur ein Blatt und so sehe ich zwei Blätter, aber du siehst ja gar nichts. Tja, ich mache das mal kleiner. Steuerung und Rädchen drehen an deiner Maus. Jetzt habe ich das klein gemacht, ja. So, das heißt, ich sehe jetzt ein Blatt untereinander. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich dann zwei Blätter immer nebeneinander. Und dies hier würde es dann so machen wie ein Buch. Ja, das ist also die erste Seite. Jedes Buch, wenn du es öffnest, links ist hier ein Karton. Der Buchdeckel. Und hier ist dann die erste Seite. Die erste Seite, die ungerade Zahl ist dann immer rechts. Und wenn du es aufklappen würdest, dieses Buch, dann würdest du hier dann links das sehen. Und dann rechts das so. Das ist ganz praktisch, wenn du tatsächlich ein Buch schreibst, um zu sehen, sind hier zum Beispiel in diesem Bereich hier auch. Ich klicke mal einfach nur, dass man es sieht. Ah, also in dieser Seite hier rechts unten, dass du siehst, dass die Zahl auch rechts ist. Und hier muss die Zahl links sein. Wir werden aber in diesem Tutorial nicht über Buchschreiben reden. Aber ich möchte nur, dass man sieht, was man hier machen kann. Du kannst auch hier zum Beispiel die Ansicht vergrößern und die Ansicht verkleinern. Finde ich nicht gerade praktisch. Ich mache das lieber mit der Steuerungstaste und dem Rädchen an der Maus. Und hier steht immer, wie viel Prozent deine Seite hat. Und ich habe jetzt hier gerade doppelt geklickt. Du kannst aber auch gerne hier auch so doppelt klicken und sagen, Mensch, ich möchte hier 100. Also wenn du das Steuerung und Rädchen vergisst, dann unten rechts hier auf dieses Prozent, das ist die Größe, doppelt klicken und wählst du einfach 100 oder Fensterbreite. Dann ist es genauso breit wie dein Fenster, was du gerade auf hast. Das sind so ein paar Dinge, die die Oberfläche, die Topografie deiner Software haben. Und es sollte so sein, dass man auch seine Software kennt, bevor man mit ihr arbeitet. Ich glaube, das würde jetzt erstmal genügen für diesen Film. Und im nächsten Film beginnen wir einfach dann mit unserem Referat. Besten Dank.